Mit diesem Skandal Sommermärchen ist ja so viel erzählt worden, so viel geredet worden, so viel spekuliert worden und es ist im Moment dem auch nichts hinzuzufügen. Ich möchte hier vielleicht nochmal zum Ausdruck bringen, dass mir das mit Wolfgang Niersbach sehr, sehr leid tut, den ich über Jahre kenne, den ich immer als loyal und einfach auch als fairen Sportsmann kennengelernt habe. Und dass es ihn jetzt so erwischt hat, tut mir persönlich sehr, sehr leid und ich wünsche ihm, dass er das alles gut übersteht. Zu den anderen Themen, es wird so viel spekuliert, auch von den Medien. Dinge werden vermischt und hin und her geschoben und deshalb gibt es im Moment von meiner Seite aus da auch nicht mehr dazu zu sagen. Ich hoffe nur, dass das Thema möglichst schnell dann alles aufgeklärt wird und dass dann auch endlich mal wieder Ruhe einkehrt. Ich bin froh, dass wir jetzt Freitag ein Fußballspiel haben, dass sich mal wieder ein bisschen mehr um den runden Ball dreht und mehr gibt es von meiner Seite aus dazu nicht zu sagen.